So, äh, was war jetzt? Druckplatte. Ja, ich will erst mal sagen, da ist ein Schild, da steht, ähm, Ah, Jack! Okay, ich glaub, ich weiß, was kommt. Ähm, vorhin war ja auch so eine Stelle, da ist der ja auch aus so einem Dings da rausgefallen. Hm. Ich geh einfach mal drauf. Und? Kommt jetzt bestimmt aus der Mitte da. Ah, da! Äh, wow! Wow, that was a long fall. Let's go. And don't forget me. Ah, hier ist der Jack. Ich hab ihn. Jo. Und hier ist aber ein Gang, ne? Ich würd mal gern wissen, wie hoch das ist. Warte, hier mal hochfliegen. Ich würd erst mal die Gegend erkunden. Nee, ist hier irgendwas? Nein. Sicher? Nein. Und warum ist hier Lava? Ist das zur Abschrecke? Wahrscheinlich. Das ist zur Unterhaltung. Es wird schon angenehm an dem Ton. Äh, nein, nein. Meiner. Junge, pack ihn da wieder hin. Du lässt da, Jacky. Du lässt vor. Ich will ja, wenn ich vorlese. Du lässt vor. Fertig. Jetzt lässt vor. Ahem. Well, excuse me. Are you sure you want to enter the next room? I can tell you, it's not very cozy. There are... Was? Oh. Ich dachte, crazy. Nein, ich lese ganz richtig vor. Mongo! Ja. There are a couple of lava leaks. Was sind leaks? Ja, irgendwas mit lava, ne? Kupel of lava leaks that might help you out. Don't get burnt. So. Verschütter? Ja, tough oder so. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Whatever happens, I swear that you will be very shocked. What? Heißt das nicht shocked? Ja. About what darkness can bring. Okay, es wird dunkel anscheinend. Ja, äh. Also ich hab... Nein. Was? Geh weg. Okay, dann geh ich vor. Warte, das ist ein Schild. Warte, 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 der fällt so runter. Äh, the caves of... Pat... Park... Entweder Patscha Kamak oder Pakakamak. Patscha. Ich soll sagen einfach Patscha. Also ich hab Fackel, aber das wär ein bisschen gecheatet, oder? Jep. Und auch so, ich seh da hinten ein... Ist da hinten ein Loch oder ist das bei mir ein Bug? Gute Frage. Weißt du was? Die Zuschauer werden wahrscheinlich eh nichts sehen, von daher mach ich jetzt mal die Helligkeit auf. Hell. Ja, bringt fast... Okay, dann die Idee. Tja, das haben sich die DR-Bauer nicht gedacht, als ich das gebaut hab. Was? Ey, das ist eine Kiste. Wo? Ein Schleimbrauch. Hier. Ah. Äh, hab ich den? Äh... Ich war hier eben irgendwo drauf. Wie geht's denn hier weiter? Äh, hallo? Äh, da oben ist etwas. Oder kommt mir das nur so vor? Noch eine Kiste. Mit einem Schleimbauch. Ich hab glaube ich was gefunden. Okay, nein doch nicht. Hier, komm zu mir. Da oben war was, ne? Ey, hier ist noch... Achso, da warst du schon, ne? Ja. Oder? Ja. Ist hier hinten was? Oh! Nein! Ah, eine Druckplatte. Wo bist du? Ich bin am Ende von dem Dings. Dungeon. Dungeon? Ja. Hm. Du weißt, was ich meine. Wo... Ich finde eigentlich nicht. Hier. Ja, du konntest mich auch grad nicht sehen. Hier oben. Über dir. Hier über dir. Äh, wie bist du da hingekommen? Ich bin immer das um sie gegangen. Das Druckplatz sagst du? Ja. Ja, geh mal drauf. Okay. Toll. Ja. Pistons. Die, äh... Zegel zur Seite schieben. Ja, dann lass... Dann bring mich... Äh, Moment. Moment. Ja, warte doch. Ich warte doch. Ja, geh mal zur Seite. Ja, toll. Ah, das ist wesentlich angenehmer. Kann ich die Ehrlichkeit wieder runterstellen. Äh, gut Idee. Da rechts ist ne Leiter. Ja, das ist wahrscheinlich dafür da, dass man runterfällt, ne? Ja, wollte ich gerade sagen. Und das Wasser auch. Äh, ist das richtig? Ich seh' sonst keinen anderen Weg. Wie kommt man hier hoch? Ja. Hm, um die Ecke springt. Äh, ich würd jetzt was sagen, aber, ne? Du kannst hier hoch springen, hallo? Äh, ich seh' ich vielleicht nicht. Äh, das war jetzt ein bisschen übertrieben, aber egal. War das gut? Ja, das war gut. Ähm, mit der Strömung. The test of... Apocatquill. Apocatquill. Zeuge dich selbst. Äh, oh. Wo bist du denn? Ich bin... Äh. Ich komm wieder zu dir. Ich bin hier hinter dir. Dum, 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 dum. Ist hier was? Press the button to activate the door timer. Was ist denn hier unten? Äh. Also die dritte... Äh, der letzte ist auf jeden Fall schon mal ein... Pass auf, dass du nicht stirbst. Warum? Ich hab ja irgendwas angemacht. Ach so, ich versteh schon. Da stand drauf, dass es ist ein Timer. Wahrscheinlich kommt dann irgendwelche Sachen raus oder so. Also, da. Nee, das ist für eine Tür. Hier geht's weiter hoch, ne? Ja. Okay, nein. Ähm. Was passiert denn, wenn ich das aktiviere? Äh. Hä? Lol. Äh, scheiße, ich steck in der Spinnenwebe fest. Okay, ich bin weitergekommen, ne? Ja, ich hab auch die andere Seite erkundet, du... Ganz rechts. Äh. Hast du schon alles gecheckt hier? Nein. Hä? Hä? Ey, da ist ein Kürbis. Ja. Äh, warum ist hier ein Kürbis? Nee. Ja, hier muss einfach Schiff gedrückt halten. Denk ich mal. Da unten geht's auch noch rein. Oh, ich weiß, wofür der Knopf... Och, nee. Was denn? Da hinten ist ein bestimmtes Eisentür und die ist gleich schon wieder zu. Oh, nein, dieses knappe Zeitfenster vom letzten... Weißt du noch? Und hier ist es irgendwie so laborend. Äh. Jetzt bräuchte ich mal einen Wassereimer. Wie soll man denn da rüberkommen? Was machst du da? Hallo? Was denn? Warum stirbst du? Ähm. Äh. Wo bist du jetzt gerade? Ich bin ja jetzt wieder bei dem anderen... ...unter dem... ...Wasser-Dings. Wo diese Glasscheiben waren. Weil ich da hinten runtergefallen bin. Aber ich weiß nicht, wie man wieder zurückkommt. Äh, da geht's aber zurück. Da war ich vorhin gewesen. Und ich bin gerade hier rübergesprungen. Ja, hier ist auf jeden Fall irgendein Gang. Das ist schon mal klar. Du... Ja, da musst du entweder den Timer aktivieren und dann ganz schnell hinlaufen. Oder... ...du machst den... Äh, du drückst den Schalter und ich... ... juego. Oh Mann, oh... Geh rein. Was hast du gerade abgebaut? Das war ein Fackeln. Oh. Tut mir leid. Hast du den Schalter gedrückt? Ja. Oh. Ich hasse Spinnenwege. Oh. Willst du mich verarschen? Fabi? Ja. Die Tür hat sich eine Sekunde geöffnet und dann ist sie wieder zugegangen. Also die Wand. Cool. Kannst du zurückgehen und das nochmal drücken? Nein. Warum? Das bringt dir jetzt eh nichts mehr, wenn du jetzt hierhin kommst. Das ist so recht. Ey, schon wieder! Ey, das... Die Energie-Tier sind zwei Mal immer auf. Ich komme einfach mal zu dir. Ich drücke... Ich lasse da wieder die ganze Zeit gedrückt. Ja, genau. Ey, die ist jetzt zweimal aufgegangen und ich hab's... Wenn ich mich jetzt umdrehe, dann geht's wahrscheinlich wieder auf. Du bist schon da, fast. Ja, ich komme ja meistens nicht hier rüber. Drück den Schalter nochmal, bitte. Dreh dich mal rum. Soll ich jetzt nochmal drücken? Ja, dann mach mal, ne? Also jetzt zweimal ganz kurz auf, also, ne? Nur zur Info. Ja, jetzt reicht ja auch, wenn ich's schaffe, ne? Du kannst ja irgendwie... Nein, Schatz. Ich drück jetzt, ne? Ja. Das dumme ist jetzt so ein bisschen verbuggt, wegen den Servern und so, ne? Hm. Geh auf! Geh auf! Hallo? Ey, sag mal, geht's noch? Willst du dich verarschen? Ich drück nochmal drauf. Okay, hast du gehört. Und ich bin durchgekommen. Okay. Kann ich mich behaupten. Äh, äh, äh. Oh, nein. Nee, nee. Okay, doch kannst du ja. Aber ich wollte nur sagen, oh nein. Äh, äh. Was? Äh, ja. Komm wieder hier runter. Äh. Ich geh mal hier weiter, ne? Ey, da ist die Tür wieder, ne? Subway Station. Ich mach mal auf. Kiste, Kiste, nein. Kiste, Kiste, Kiste. Oh. So, äh, kurze Unterbrechung. Äh. Ja. Ganz normal. Das alltägliche Leben. Äh, ist hier was Besonderes? Noppe. Gut gebaut. Hier geht's. Ähm. Warum ist hier offen? Hier ist, ach so, hier ist überall offen. Äh, und warum ist hier unten Wasser? Wahrscheinlich, wo kommt... Naja. Zum Löschen. Äh, ich glaube, ich hätte sprinten sollen, ne? Ähm. Ja, warum... Alles klar. Was denn? Ach, ich habe die Grunde, glaube ich, einen 3-Block-Hohen-Block-Nicht-Hoch-Kam. Äh. Ja, nein. Äh. Geht's jetzt da hin? Oder? Äh, hier ist ein Block, aber... Ach so. Wo bist du denn? Ach, hey, hier ist doch ein Block. Ich sollte doch in eine andere Richtung gucken. Ähm, ja. Äh, hier geht's da hinten weiter. Da geht's weiter. Kommt man hier rüber? Ja. Wo, da hinten ist ein Leiter, ne? Da muss man wahrscheinlich weiter. Hm. Ich glaube, man konnte auch am Anfang nichts rumgehen. Ist ihm selbst überlassen, ne? Ja. Da hinten sind Leitern. Naja. Da waren wir schon. Ach ja, stimmt der. Äh, wo jetzt... Ach hier, Moment, bleib mal stehen. Ich muss dann mal rüber springen. Jeele Ronimo. Hat's toll gemacht, das ist ein Keks. Und warum ist das hier so eine Schneelandschaft, ey? In Ordnung, hier gibt's zwei Wege, oder? Wo bist du? Hinter dir. Äh, ich so groß. Ach, du, schon rüber gesprungen? Jip. Das ist wohl so. Äh, da hinten ist eine Kiste. Ah. Ih. Ih. So. Und was war drin? Ein Schleimball, wo bist du? Ja, hier. Ähm, hier, friss. Ja, ja. Ach. Hm. Du gehst vor. Da unten ist auch eine Kiste. Ach, da waren wir schon. Oder? Du gehst vor. Da waren wir noch nicht da hinten. Ja. Hm. Ich hab so ein Gefühl, dass wir da hinspringen sollten und da ist das Wasser eingefroren, ne? Hm. Ja, das ist ein bisschen tief. Jopp. Ih. Ich werde mit dir, du sche... Ey, hier geht's nicht weiter. Scheiß, wegen der Leiter. Ah, okay, schon gut. Ich komme. Wie heißt du? Ja, flying, ne? Oh. Jetzt hab ich aus der Sehne auf X gedrückt. Äh, jetzt ist der Schleimball. Äh, hier geht's nochmal hoch. Und genau wie ich es bis weg dachte. Äh, das... Das kennen wir doch, oder? Pass auf. Ich flieg jetzt runter, mach das kaputt. Ich flieg wieder hoch und wir springen runter. Ich flieg runter. Ey, oh. Ja, mach du. Ich hab keine Lust. Yay. Oder wir machen's beide, dann geht's schneller. Äh. Okay, ich hab doch keine Lust. Okay.